Ah, okay. Hi, normalerweise mache ich hier keine Videos auf Deutsch, aber heute bietet sich das irgendwie an, da ich herausgefunden habe, dass dank sehr, 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 sehr vielen von euch, die mir Nachrichten geschrieben haben und Kommentare und ich habe zwar gedacht, ich schreibe da zurück und so, aber es ist einfach ein klein bisschen viel, aber vielen Dank dafür. Ich hätte keine Ahnung, anscheinend. Und war ich heute eins der Themen in der Abschlussarbeit der Realschule in Schleswig-Holstein und ganz viele Leute haben über mich ihre Abschlussarbeit geschrieben und ich finde es total witzig, so, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll, außer Bildungsministerium, hallo, ich bin nicht so interessant, ich weiß nicht, was man da groß über mich schreiben soll, aber gut. Und ich fand es total süß, so ganz viele Mails zu kriegen von wegen Hey, dich gibt es ja wirklich, ich dachte, das wäre alles nur ausgedacht und auch der Artikel über dich, den gibt es ja wirklich und solche Sachen und ja, 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 ich, hier, au, echt, ich und so und auch diesen Artikel gibt es wirklich, was allein schon ziemlich seltsam war, dass da was geschrieben wurde über mich letztes Jahr und jetzt auch noch eine Abschluss, das ist, ich weiß auch gar nicht genau, was ich sagen soll, ich fand es nur einfach total witzig und dachte mir, jetzt sage ich mal was dazu, weil, und eventuell schicke auch das Video statt einer Nachricht zurück, weil es ist wirklich wahnsinnig viel, es tut mir schrecklich leid und ich würde wahnsinnig gerne zurückschreiben, aber da wird nichts draus, da wird, ah, Sonne, da wird nichts draus, tut mir echt leid. Kann ich mal so machen, ach, alles voll mit Boxen hier, sorry, bin halt umgezogen. Ja, das wollte ich ja nicht bloß mal loswerden, das hat mich sehr erheitert und, ähm, nochmal, hallo Bildungsministerium, ganz im Ernst, sucht euch mal richtige Themen aus, nicht sowas wie mich, ich meine, ich fühle mich hier geehrt, ja, so ist es nicht, aber die armen Schüler, was soll man denn da großschreiben? Ähm, naja, ich hoffe, es ging, äh, die, die heute Abschlussarbeit geschrieben haben, ob über mich oder, ich glaube, Sansi war aber noch ein Thema und, äh, irgendeine Kurzgeschichte oder so, egal, was genommen soll, ich hoffe, es ging euch gut und, äh, dass ihr hübsch, hübsch guten Abschluss bekommt und so Kram, ja, und, ähm, das war's. Ich mache keine Videos hier auf Deutsch, auf diesem Channel, das mache ich woanders, aber egal, das, das sollte ich trotzdem jetzt hier mal und so, egal, wie oft kann man egal, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, es ist eine sehr seltsame Situation gerade, aber, ich wollte nochmal hallo sagen und, dass ich das wirklich sehr witzig finde, ähm, ich hoffe, euch geht's gut und, äh, auf bald, adieu. Und, äh, auf bald, adieu.